Viele Golfer würden gerne den linken Arm im Golfschwung gestreckter haben, schaffen es aber nicht. Der Trick dabei ist es, sich nicht auf den linken Arm zu konzentrieren, sondern auf den anderen, auf den rechten. Und darüber sprechen wir jetzt. Hallo, mein Name ist Christoph Bausek und ich bin PGA Professional im Golfclub Linz St. Florian in Österreich, wo ich in regelmäßigen Abständen Kurse und Einzeltraining abhalte. Ich hatte vor kurzem einen Schüler, der so ein Remote-Coaching, ein Online-Coaching bei mir gebucht hat und der hat mich gebeten, mal seinen linken Arm in seinem Golfschwung anzuschauen. Er hatte das Problem, dass sein linker Arm so komplett abgebogen ist und hat das Gefühl gehabt, dass er dadurch richtig die Kontrolle über seinen Schlag verliert. Und er hatte komplett recht, denn ein Arm, ein linker Arm, der sich exzessiv abbiegt, kann große Probleme bereiten und zwar, weil man nämlich Probleme bekommt, den Radius im Schwung zu kontrollieren. Der Radius, sprich der Abstand zwischen Schlegerkopf und linker Schulter, so kann man sich das vorstellen, ist dafür verantwortlich, wie konstant ich den Boden treffe. Würde ich zum Beispiel beginnen, den linken Arm zu viel zu strecken, dann siehst du, dass der Radius lang wird und ich haue euch vorher im Boden rein. Beginne ich aber, den Radius zu verkürzen, sprich den linken Ellbogen anzuziehen, dann fahre ich oben am Ball vorbei und werde beginnen, den Ball zu toppen und dieser Wechsel zwischen Strecken und Beugen kann riesengroße Probleme verursachen. Daher ist es sicherlich eine gute Idee zu haben, dass man eine Art konstanten Radius über den Schwung haben soll und darüber sprechen wir jetzt genauer. Das Erste, was du verstehen solltest, ist, dass die Ellbogen im Golfschwung nicht gerade bleiben. Ja, du hast richtig gehört, die Ellbogen bleiben nicht gerade. Weder der linke Ellbogen bleibt gerade im Golfschwung, noch der rechte. Da ist im Aufschwung beim linken Ellbogen trotzdem eine leichte Beugung, eine Betonung auf leicht, das sind so typisch so 20 bis 30 Grad bei den guten Golfern. Der rechte aber, und das ist jetzt das, worum es geht, der rechte aber beugt sich wesentlich mehr. Und da ist ganz typisch, dass Ende der Aufschwung der rechten Ellbogen so 70 bis 90 Grad gebeugt ist bei den Top-Golfern. Amateurgolfer machen oft den Fehler, dass sie glauben, sie müssen den ganzen Schwung lang beide Ellbogen komplett gestreckt lassen. Und da ist das Problem, wenn du mit beiden Ellbogen direkt zurückgehst, ist das anatomisch quasi nicht möglich. Und irgendwann mal kommt der Kollaps und dann bricht der rechte Ellbogen massiv zusammen. Und der linke macht einfach mit. Das heißt, es ist sehr, sehr wichtig, die Beugung des rechten Ellbogens zu kontrollieren. Vom Anfang bis zum Ende. Und da werde ich dann später noch, am Schluss habe ich da noch eine kleine Bonus-Sektion. Da werde ich dir eine tolle Übung zeigen, wie du das trainieren kannst. Und auch, wie du überprüfen kannst, ob du das richtig machst oder nicht. Der zweite häufige Grund, warum Golfer Probleme haben, ihren linken Arm in einer vernünftig gestreckten Position zu lassen im Kollschwung, ist der, weil sie glauben, sie müssen komplett gestreckt sein im ganzen Schwung. Was sie da machen ist, dass sie im Setup den linken Arm komplett überstrecken und sogar das Schulterblatt so richtig schön nach vorne ziehen. Und das gibt dann so eine komplett steife Haltung. Und wenn du eben mit so einem extrem überstreckten linken Arm arbeitest, dann ist ja das auch das Problem, dass du dann auch das linke Handgelenk in eine Stellung bringst, die ungünstig ist für die Schlagfläche. Und zwar, wenn ich den Arm jetzt die richtige Strecke, bekomme ich hier auch so eine dorsale Stellung. Also mein Handgelenk geht so nach hinten. Und was das bewirkt ist, dass im Schwung dann auch die Schlagfläche offen ist. Also dass ich eine Schlagfläche bekomme, die einen Slice provoziert. Und das nächste Problem ist, wenn ich so steif bin und so steif bleibe, kann ich auch nicht wirklich kräftig sein. Wenn ich auf irgendetwas hinschlagen möchte, so einen Watschen geben möchte mit der hinteren Seite meiner Hand und ich gehe jetzt her und tue den Arm leicht beugen und dann strecken, dann kann ich ja viel mehr Power erzeugen, das brauchst du ja nur probieren, als wenn ich den linken Arm immer komplett gestreckt habe. Das heißt, bitte unbedingt aufhören, im Setup den linken Arm komplett zu strecken, sondern lass ihn ruhig leicht gebeugt. Ich sage nicht, dass du super beugen musst, aber leicht gebeugt ist gut. Und versuche auch, diesen Zustand ähnlich zu lassen während des Aufschwungs. Der dritte häufige Grund, warum der linke Arm im Golfschwung häufig zusammenbricht bei Golfern, ist der, dass die Körperrotation nicht ordentlich funktioniert. Du musst verstehen, wenn du jetzt den hergehst und zum Beispiel keine gute Rotation hast, also sprich den Oberkörper wegdrehst vom Ball, das Becken rotierst, dann bekommst du eine Bringschuld für die Arme. Weil wenn ich jetzt nicht nur hierher gehe, die Arme starte und nicht drehe, dann kann ich jetzt irgendwann mal mit dem Schläger nicht mehr weiter, ich stecke. Und dann beginnen Golfer, die Arme abzubiegen, dass sie irgendwie noch zu einer Länge kommen. Das heißt, es ist schon wichtig, dass du verstehst, du brauchst eine Drehung, eine ordentlich funktionierende Drehung im Golfschwung, damit du eben hier in eine gute Position kommst, um die Arme in eine gute Position zu bringen, um den rechten Ellbogen hier besser kontrollieren zu können, wo ich dann gleich dazukomme. Und um auch dann auf eine Schwungbahn zu kommen, die vernünftig ist. Weil wenn ich nämlich dann auch hergehe und nur die Arme bewege, dann bin ich meistens irgendwo da hinten und mich dann drehe irgendwo ganz flach. Also du wirst schon wirklich darauf achten, dass das hier richtig funktioniert. Dann hast du auch genug Platz, dass die Arme in eine gute Position kommen. Also Körperrotation, ganz wichtig. Kommen wir zur Bonus-Sektion. Und zwar, ich habe dir versprochen, dass ich dir eine tolle Übung zeige, wie du den rechten Ellbogen im Schwung kontrollieren lernst. Und gleichzeitig ist es auch ein Test, damit du herausfindest, ob du einer von den Betroffenen bist. Und zwar, was du machst, ist folgendes. Du nimmst die hintere Hand, in dem Fall das Rechtshänden ist das meine Rechte, und du legst die vordere Hand, die linke in dem Fall, genau mitten ins Gelenk rein vom Ellbogen. Und zwar, dass der Mittelfinger hier genau in der Mitte ist. Das heißt, ich habe wirklich hier genau die Hand in der Mitte meines Gelenks. Und ich umschlinge auch mit dem Daumen hier unten drunter hier. Dass ich hier wirklich eine kompakte Position habe. Und was ich jetzt mache, ist, dass ich jetzt aufschwinge und mal spüre, was passiert. Wenn ich zum Beispiel jemand bin, der tendenziell den Ellbogen zu viel abbiegt, dann wirst du sofort merken, dass du massiv die Finger einquetschen wirst. Das tut dann vielleicht sogar fast weh. Wenn du zum Beispiel jemand bist, der zum Beispiel den Arm überhaupt nicht beugt, am Anfang des Schwungs, wirst du das auch merken, dass nichts passiert. Das heißt, du willst spüren, und das ist gleichzeitig auch die Übung, dass du kontinuierlich ein bisschen einen Druck aufbaust, bis zu einem Punkt, wo du sagst, jetzt habe ich die Finger gut kompakt hier drinnen, aber ich tue mir nicht weh dabei. Und da kann ich jetzt hierher gehen und mir das richtig schön einteilen und sagen, okay, ich möchte immer fortlaufend den rechten Ellbogen beugen, bis ich diesen leichten Druck spüre und durch. Ich habe ja vorhin darüber gesprochen, wie wichtig die Körperdrehung ist, im Golfsprung, damit man die Ellbogenstruktur gut beieinander halten kann. Leider wird das Drehen ja komplett missverstanden von vielen Golfern. Und zwar geht es dann hier nicht um die Drehung selber, sondern mehr um das Kippen. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, die man verstehen sollte. In diesem Video hier spreche ich darüber. Schau dir das bitte unbedingt als nächstes an, damit du die Sachen von diesem Video hier besser umsetzen kannst. Also, bis drüben gleich auf der anderen Seite. Tschüss! Tschüss! Vielen Dank.